Hallo Freunde, da sind wir wieder hier. Willkommen beim neuen Let's Play mit Lara Croft. Weiß auf den Tomb Raider. So, gehen wir hier durch. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. So, müssen wir rüber springen. Ich schaffe mal so. Hä? Was ist das? Ein Relikt! Ein Trinkhorn. Recht unüblich für die byzantinische Kultur. Scheint aus der Gegend um Kiew zu stammen. So, wo sind wir jetzt hin? Oh, nicht hier wieder. Oh, nicht hier wieder. Ach hier. Ich bin da. Ich bin doch da. Oh, nein. Oh, nein. Was ist das? Ah, wieder hochgehen oder was? Du Tor einschießen! Ich muss nach oben auf den Turm, aber das Eis ist im Weg. Oh! So! So nicht! Uff! Das sind die Kräfte! Okay, noch dran, oder? Mal gucken! Das jetzt schaffe! Handelauf! Handelauf probieren! Uff! Nein! Scheidenkleister! Schraubenaufمل Das ist 100-jähriger! So, probier's mal jetzt. So nicht, mein Freund. Guck mal, wieder irgendwer die Viecher. Ähm, warte mal. Okay. Ich denke, ich soll nur Tore hätten. Den Angriff nehmen. Da ist ein Hindernis. Jetzt muss ich erst den Weg schaffen. Okay. Hindernis bloß den Weg schaffen. Okay. 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 Ich muss jetzt zurückdrehen. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, da ist auch eine Kiste. Jetzt geht's zurück. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Oh, Tore. 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 Was? Passt durch. Nur noch einer Schuss. Thol! war ja klar ja 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 Was ist das? Was war die falsche Idee? Was ist das? Was war die falsche Idee? Was war die falsche Idee? Was war die falsche Idee? Was ist das? Was war die falsche Idee? 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 Was ist das? 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 Okay. Okay. Lachen wir mal rein. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Immer diese scheißverdammten Rätsel. Das war's für heute. 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 Okay. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Okay. Oh, jeez. 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 Oh. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh. Gleich kommen die bösen Buchen wieder. Bogen schützen. Ich muss sie ausschalten. Ich muss dieses Ding nur ausrichten. Ich muss sie ausschalten. Ich muss sie ausschalten. Ich muss sie ausschalten. So, dann ist das Tor dran. Ich muss sie ausschalten. Okay, der Weg ist frei. Aber wir werden jetzt erstmal ein Päuschen machen. Und wirken wir uns später dem Tor. Also, danke fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht zu abonnieren. Und dann bis Danny.